Dieses nixenartige Geschöpf lockte einen Geliebten, umfing ihn, betörte ihn. Giradi verfiel ihr. Hallo? Hallo? Na endlich, Giradi, warum meldest du dich nicht? Weil ich dich gleich erkannt habe und gerade mit dir will ich jetzt nicht sprechen. Nicht mit mir? Warum? Naja, weil du recht behalten hast. Ich will überhaupt niemanden sehen. Sag, was ist geschehen? Na, das wirst du leicht erraten, was geschehen ist. Das Spieglein an der Wand, das hat mir gezeigt, wer die größte Huhe ist im Land. Giradi, du bist krank, hör auf mich. Drei Wochen Sanatorium, dort wirst du dir das Kokain abgewöhnen. In ein Sanatorium? Ich? Ach so, also du bist auch im Komplott. Ins Irrenhaus will mich die Odilon stecken und du, du, du jetzt auch. Also jetzt werde ich böse. Ich komme gleich zu dir. Ausgeschlossen. Niemand kann in meine Wohnung. Ich habe die Klingel ausgeschaltet und mich noch extra in meinem Zimmer eingesperrt. Jetzt kann sie mit ihren Armanten im Bett liegen, wo es ihr passt, aber nicht bei mir. Nicht bei mir. Ich. Ich habe einen geladenen Revolver. Ich schieße nieder. Mitsamt ihren Armanten. Bertha Zuckerkandli hier. Kann ich Frau Schratt sprechen? Rosal, du bist am Telefon. Es ist etwas sehr Wichtiges. Ich weiß nicht, Dante, ob Frau Schratt momentan zu sprechen ist. Es geht um ein Menschenleben. Sag ihr um Giradi. Hier, Kathi, Schratt. Die Rosal ist ja ganz verrückt und schreit, der Giradi stirbt. Was ist denn los? Eine Tragödie. Giradi wird von der Odilon zum Selbstmord getrieben. Sie will ihn ins Irrenhaus bringen. Der Polizeipräsident selbst steht ihr zu Diensten. Wenn sie nicht intervenieren, dann... Was ich? Intervenieren? Na, recht geschieht ihm. Er hat sich an eine Dirne weggeworfen. So soll man der Odilon den Triumph lassen, dass sie sogar der Polizei gebieten kann?